Willkommen zurück und immer noch frohe Weihnachten hier bei FarmTogether. Frohen zweiten Weihnachtstag, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr seid gesund, euch geht es gut. Ihr habt bisher ein wunderschönes Weihnachtsfest gehabt, auch unter den vorherrschenden Bedingungen, die wir momentan hier im Lande haben. Aber ich bin dennoch ein boshafter Mensch, obwohl ich euch all dieses Glück und Genugtuung auf dieser Welt wünsche, dass ich euch Gesundheit wünsche, dass ich euch ein erfülltes Leben wünsche. Aber ich bin boshaft, wie ihr gehört habt. Insofern lernen wir daraus, liebe Kinder. Boshafte Menschen sind auch die, die anderen Leuten Gutes wünschen. Möchtest du dazu noch etwas sagen, Chi? Ich habe dir nicht zugehört. Gut, das ist auch besser so, denn sonst würde mir wieder Boshaftigkeit unterstellt werden. Hast du dir mittlerweile alle Felder angebaut? Nee, ich habe doch gesagt, ich warte, bis es wieder Herbst ist. Ja, ja, ja. Und was machst du jetzt die ganze Zeit rumstehen und warten, bis Herbst fehlt wahrscheinlich? Nein, ich bin im Haus und arbeite da schon. Und Honeybee City ist auch noch nicht abgeerntet. Das ist dein Boot, nicht meins. Honig auf dem Brot ist aber auch lecker. Aber ich bevorzuge ja Honig im Tee eigentlich. Ich mag keinen Tee. Und keinen Honig wahrscheinlich. Ja. Ich habe Vergaben-Dick-Saft. Gut, du bist Vergaben-Dick-Saft. Du hast Pickel auf der Nase. Ja. Ja, das ist das, was du magst. Pickel auf der Nase. Pickel auf der Nase, ja. Das halte ich jetzt für ein Glück. Besonders, wenn sie dann irgendwann reif sind und diese weiße Flüssigkeit ausgedrückt werden kann, die man dann ganz schön von der Nase abschlürfen kann. Natürlich. Ich habe ja gerade einen Ofen gekauft. Ja. Ich kann kochen. Oh mein Gott. Ich, äh... Hier sind übrigens noch Melonen nicht abgeerntet. Sag mal, wir hatten hier so schlampig gearbeitet. Ja, ja. Ich mache mir jetzt Fisch und Chips. Wie geil ist das denn? Dafür kriegen wir... Oh mein Gott. Dafür kriegen wir nämlich Tickets. Wenn wir kochen. Ja? Ja. Ja? Aha, ja. Sag mal, hier ist ja... Ist ja... Ist ja... Ist ja alles nicht abgeerntet. Die ganzen Blumen, alles. Nichts. Ich dachte, du hast was im japanischen Garten und alles und hast alles abgeerntet. Und Baumplantage, alles ist noch nicht fertig. Die Jahreszeit hat vielleicht gewechselt, du Affe. Ja gut, also bei mir gibt es wahrscheinlich heute das auszusehen, was man gerade bei der Chi sieht, aber ich muss ja gerade erstmal aufräumen bei den Sachen, die liegen geblieben sind, weil andere Menschen zu ignorant sind, um konstruktiv zu arbeiten. Du weißt schon, dass die Jahreszeiten nachher wieder wechseln und wir die Bäume nicht mehr abernten können? Ich habe Gold gefunden. Ist ja alles egal, ne? Ja, ich fahr nur durch die Küche. Ach, da gehörst du auch hin. Okay, da schäme ich mich jetzt gerade nicht dafür, dass ich was gesagt habe. Ich schäme mich dafür nicht. Hast du gehört, Chi? Nicht! Ja, ja. Gut. Freut mich, dass du das so siehst. Bei allen anderen Frauen wäre das was anderes. Aber bei dir, da lasse ich sowas nicht durchgehen. So eine famose Frechheit. Tritt mich weniger als du denkst. Du, ich habe ehrlich gesagt gar keine Erwartungen. Aber es befriedigt mich trotzdem. Ich habe schon wieder Gold gefunden. Was sagst du denn dazu? Äh. Ist wie im echten Leben. Ich habe für mich normalerweise kein Geld. Nee. Nee, ich rede ja auch nicht vom Geld. Ich rede von Gold. Das bin ich in der Regel auch nicht. Warum nicht? So, wenn ich Glück habe, schaffe ich noch die Bäume alle abzuernten, die du hier hast stehen lassen. Ich wünsche dir viel Glück. Aber ich lasse es jetzt mal. So. Mit was kann ich denn noch? Ding verdienen. Weißt du, was Hardcore wäre? Wenn man irgendwann so viele Bäume hätte, dass du es nicht mehr schaffen würdest, in einer Jahreszeit alle abzuernten. Selbst wenn du direkt zu Beginn der Jahreszeit anfangen würdest. Das wollen wir aber nicht. Nein. Das nicht. Aber ich habe übrigens... Weißt du, wie viele Felder es hier gibt? Also so diese Anschlussfelder, die man kaufen kann. Nee. Ich habe es letztens nachgelesen und ich meine, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, ist das irgendwas mit 42 oder sowas gewesen? Das klingt traumhaft. Das Spiel wird niemals enden. Und ich glaube, die letzten Erweiterungen kosten irgendwas mit 14 Millionen Diamanten. Ach so, ja. Easy. Bist du jetzt fertig mit den Bäumen da hinten? Die Bäume, ja. Okay. Ja, siehst du, ich brauche dich nicht, um die Farm hier zu bewirtschaften. Die bewirtschaften? Die bewirtschaften. Komm, ey. Von jemandem, der Nuggets nicht aussprechen kann, lass ich mir doch nichts sagen. Was willst du hier? Waschwende! Was willst du hier? Das ist meine Stadt. Die habe ich gebaut, ja? Ich glaube, es hackt hier. Dumme Gans, dumme Ziege. Hau ab! Los! Kusch! Kusch dich in dein Haus! Ab zurück an den Herd! Es dauert noch 20 Minuten. Was machst du denn jetzt auf dem Fischmarkt? Fische verkaufen. Fischmarkt, ja. Fischmarkt. Fischmarkt. Mir ist kalt. Immer noch. Ja. Das hat sich seit Weihnachten nicht geändert. So. Du hast doch nicht erzählt, wie dein typisches Weihnachten abläuft. Ja stimmt, das wollten wir diese Folge eigentlich erörtern, ne? Ja. Also, ähm, mein typisches Weihnachtsfest läuft so ab, dass ich zu meiner Mutter fahre, wo ich mich mit meiner Schwester auch treffe und wahlweise dann mit entsprechendem Anhang natürlich und wir gemeinsam essen. Nicht mehr und nicht weniger. Ein ganz in kleiner Runde besinnliches Weihnachtsfest. Ohne große Tamtam, ohne die große, ähm, ja, ich sag mal, Personenanzahl. Das ist alles. Und ich bestehe darauf, dass es bei uns immer Rotkohl gibt. Also, nicht ausschließlich, aber unter anderem... Blu... Ach, nicht Rotkohl. Blaugraut. Nee, Rotkohl. Blaugraut. Rotkohl. Blaugraut. So, womit fange ich... Also, ich bin jetzt gerade auch mal hier im Haus. Hm. Okay. Warum kann ich mir ein Bett kaufen, wenn ich schon eins habe? Warum sollte man das tun? Das Schöne ist, wenn heute die Folge rauskommt, bin ich hoffentlich vollgefressen mit Gans. Ah. Habe ich die Aufnahme gestartet? Ja. Hm? Weil Mama macht nämlich jedes Jahr zu Weihnachten Gans. Ah. Also, zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, okay. Und Ente. So, ja. Also, ich kann... Ich muss momentan auch mit der Küche anfangen. Was anderes kann man ja noch nicht kaufen. Richtig. Ja, so einen schönen Küchen. Und zu Weihnachten selber gibt's Fondue. Äh, ne. Also, Fondue und Raclette ist für mich so typisch, ähm, typisch, 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 äh, Silvester eigentlich. Also, für Silvester gibt's Raclette. Mhm. Ja, ich sag ja, Fondue oder Raclette. Aber zu Weihnachten, äh, muss es was anderes geben. Mach ich jetzt eigentlich wo rein? Ähm. Das hat sich bei uns so eintraditioniert. Gibt es eigentlich ein Badezimmer? Also, Badezimmerausstattung? Ja. Ja? Ja. Glaube ich. Keine Ahnung. Warte mal. Hier gibt es einen Trockner. Eine Waschmaschine. Das ist schon mal was. Aber es gibt, wie es scheint, weder Toiletten noch Duschen noch Badewannen. Vielleicht musst du die noch freischalten. Nee, ich guck ja grad die Sachen durch alle. Ach so. Also, bis nach unten. Ich mein, vom Level her können wir ja schon fast... Ah, da ist ne, da ist ne Toilette. Siehste. Stimmt. Die schalten wir erst auf Level 58. Die erste Toilette frei. Vorher müssen wir, müssen wir eigentlich, müssen wir noch zurückhalten. Ah nee, da, da seh ich auch schon eine Toilette. Alles klar. Vorher müssen wir in die Ecke kacken. Hehehehe. Okay, nee, also wir können solche Sachen auch kaufen. Okay, dann muss ich... Kann ich denn da nicht eigentlich... Hier... Ah, okay, das... Ich kann das Bett umsetzen. Das ist gut, weil dann würde ich nämlich diesen Raum hier vorne als Schlafzimmer machen. Jetzt werde ich müde. Wo ich Schlafzimmer erwähnt habe. So. Ne, das habe ich gerade nicht... Da habe ich gerade nicht zugehört. Aber ich werde jetzt gerade müde. Ah, ja. Das hat ja sehr lange gedauert bei dir. Mhm. Genau, eine Folge. So, okay. Ne, normalerweise, ich müsste es jetzt hier anschließen, weil... Das ist wie mit Animal Crossing, davon werde ich auch müde. Oder Minecraft. Davon werde ich auch müde. Außer ich mache halt irgendwas mit Technik, dann werde ich nicht müde. Okay. Ich bin auch voll stolz auf mich, ich habe letztens wieder Halo aufgenommen. Ey. Hm, ich komme endlich wieder hinterher. Ey. Und dann wollte ich gestern eigentlich Minecraft aufnehmen, dann kam mir Vio wieder zwischen. Ey. Hm. Ist ja ärgerlich. Ja. Dann werde ich mittlerweile auf Stufe 33. Ui. Hey. Hey. Wow. Ich habe schon gesagt, du komm, ich stelle mich gar nicht so doof an. So. Oh, ich kann das Wasser anmachen. Komm mal, komm, ich bin vor, als würde ich einfach gegen eine Wand reden. Ich habe dir zugehört. Du hast doch mitgekommen, dass ich darauf reagiert habe. Aber was soll ich dazu sagen? Ja, hast du fein gemacht. Super, klasse. Ja? Bitte. Oh, scheiße. Ich finde das ein bisschen doof, dass der, ähm, dass man den, den Herd nicht direkt an die Arbeitsplatten anschließen kann. Mhm. Ja. So, was, was, was hast du gemacht, ähm, für ein Essen? Äh, Fischechips. Hä? Kann ich gar nicht machen. Ja, ha, der Level ist noch zu niedrig. Ach da. Fischechips. Ne, wir, wir haben nicht genug Ressourcen, deswegen. Ach so. Ja, weil wir gerade alles verkauft haben, ne? Aha, ja. Vielleicht sollten wir nicht mehr blind verkaufen einfach alles. Ja, es gibt Diamanten. Äh, äh, was, es gibt Diamanten? Ach so, wenn wir, ja, okay, klar. Ja, ja, aber wir kriegen so Tickets. Ich mache jetzt einen Käsekuchen, Chi. Yay. Na, ich hab immer noch Kuchen in der Tiefkultur. So, das hat uns nämlich ein Käse und fünf, äh, von dem Fleisch gekostet, die wahrscheinlich Nüsse sind. Und davon kriegen wir 14 Tickets. Tickets. Ja, es sind wie Nuggets. Nur mit Tickets. Nuggets. Okay, so, dann habe ich das. Ach so, wir haben gar keine Quest angepinnt. Oh mein Gott. Was geht denn da ab? Äh. Äh. Oh, wir müssen noch mal Karotten. Äh. Machen. Nochmal? Ja, ich sehe schon. Ja. Ja, okay. Na gut, die gehen ja schnell. Oh, Belted Kuh und Berkshire Schweine. Ja, nice. Belted Kuh weiß ich, Berkshire Schweine. Den muss ich mal eben schnell was zu essen geben. Irgendwo habe ich anscheinend zwei Karotten übersehen. Ja, scheint so. Nnung. 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 Okay. Wer sind denn die Berkshire Schweine? Seid ihr Berkshire Schweine? Na ihr seid Bentheimer Landschweine. Ihr seid Berkshire Schweine. Das ist meine Rückenwehe. Ist irgendwie immer am Meckern die ganze Zeit. Wie? Ja, das kommt vom Stream heute. Wie verbringst du denn standardmäßig deine Weihnachten? Ich weiß, du hast es schon erzählt, aber ich habe nicht zugehört. Oh, wow. Ich kann mich nur an Fondue erinnern, weil dann hat bei mir nämlich dieses, oh nein, Fondue gleich Silvester eingesetzt. Mann. Nein, brauchst du nur mal erzählen, alles gut. Eigentlich habe ich nicht viel über Weihnachten erzählt, außer dass es bei uns Fondue gibt. Okay. Weil eigentlich ist Weihnachten, also es fängt schon am Abend davor an, weil wir am Abend davor Christbaum spitten. Okay. Und normalerweise, als meine Oma noch lebte, war dann Heiligabend in der Früh. Mhm. Christbaum schmücken meiner Oma. Ähm. Dann ging es in die Christmetten, eigentlich in die Christmetten, in die Kindermetten. die setze ich allerdings aus, seitdem fünf Kinder waren. Was, 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 was sind, was sind Kindermetten? Kindermetten. Die, ähm, scheiße, wie nennt man das denn? Hä? Kirche für Kinder halt. Ähm. Wo halt das Krippenspiel aufgeführt wird und viel gesungen wird, was halt schön ist für die Kinder. Äh, keine Ahnung, hat das einen bestimmten Namen? Kindermetten. Äh, okay. Also, Mette ist, ist, äh, Messe, meine Güte. Die Kindermesse. Ach so. Ah. Ja, sag doch einfach Messe. Ja, jetzt bin ich eingefallen, ist Hochdeutsch. Ähm. Ja, Hochdeutsch ist schon sehr schwer, ne? Oh, ich hab ein paar, ich hab ein bisschen zu viele Karotten jetzt gemacht, egal. Ähm. Ja, vom Wegen nicht zuhören, ne? Mhm, mhm, mhm. Und, genau, dann geht, also dann geht's für die Kinder in die Kindermetten, für mich nicht mehr, mir ist das zu anstrengend. Ähm. Ich bin dann zu Hause und warte darauf, dass, beziehungsweise Hilfe beim Fondue herrichten. Ja. Und dann gibt's bei uns, also dann kommen alle Kinder zu uns. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch alle. Dann kreuchen und fläuchen hier fünf Kinder durch die Gegend. Oh Gott. Mhm. Die packen dann die Geschenke aus, weil dann gibt's bei uns Bescherung. Und nach der Bescherung gibt's dann bei uns von Mü. Ja, schön. Ja. Alles mit der Familie. Und natürlich die Anhänge der Familie. Also mein Schwager und so, sind auch noch dabei. Logischerweise. Okay. Beziehungsweise meine Schwager, der zwei. Ja, ist doch, ist doch so schön. Ja. Also ist zwar jetzt nicht so mein Ding, dass da so viele Kinder rumfläuchen, aber wenn man's gewohnt ist. Ist auch nicht mein Ding, aber ich konnte ihnen schwer sagen, sie sollen sie zurückstopfen. Nö, einfach zu Hause lassen und alleine kommen. Ja, das Problem ist, zwei der Kinder wohnen hier. Wer, die halt, müssen die halt im Zimmer bleiben. Ja, auf zwei dieser Kinder habe ich heute aufgepasst. Und das eine hat mir 15 Minuten lang ins Ohr geschrien. Und mein Pulli voll gerotzt. Ich war glücklich. Ach so, okay. Ja. Überhaupt nicht. Es gibt auch Dinge, wo man mich glücklich machen kann, aber das gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Nein, ich bin kein Kindermensch. Überhaupt nicht. Ja. Ja, ich weiß, sowas gehört sich nicht als Frau zu sagen, aber nein, ich möchte keine Kinder. Ja. Ja. Hast du etwa Kinder? Ja. Oh mein Gott. Wofür ist das jetzt? Nein, ich hasse sie nicht, aber ich mag sie nur, wenn sie nicht mir gehören. Hast du eigentlich auch diesen Drang, alles was du baust, anzuklicken, in der Hoffnung, du kannst da irgendwas machen? Ja. Und dann öffnet sich immer dieses Kack-Menü. Ja. Das habe ich gerade mit der Theke gemacht, wir haben den Kühlschrank gemacht. Das ist bisher das einzige, was funktioniert, ist der Herd und ich kann das Wasser am Waschbecken anstellen. Ja. Wahnsinn. Ja, wir müssen wahrscheinlich erstmal mit dem Herd ein paar Tickets verdienen und dann... Was müssen wir verdienen? Tickets. Okay. Ähm. Worauf, worauf machst du die, also wie kannst du die Tickets denn machen? Nackts. Das darauf wollte ich im Konsens zwar hinaus, aber äh gut. Eigentlich wollte ich jetzt erst, was du Herd sagst, da hätte ich dich gefragt, was kann man denn auf dem Herd noch machen? Sechs. Was? Was? Wieso? 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 Was hat die Zahl sechs damit zu tun, Chi? Erklär mir das bitte. Da kennst du nicht diese Zahlen Kuchen. Bei Geburtstagen zum Beispiel waren wir vorhin beim Thema Kinder und irgendwann werden Kinder sechs Jahre alt. Und dann kannst du so einen Kuchen backen, der die Form von einer sechs hat. Ja. Komisch. Ja. Pi, 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 Pi. Niohwn. Ich geh auch mal zurück in mein Häuschen. Äh, ich hab eigentlich alles gebaut, was ich so wirklich bauen konnte und was ich auch haben wollte. Neh, meine Fischenchips sind nämlich fertig. Achso. Ich könnte natürlich jetzt noch ein paar andere Sachen holen Aber ich weisse sowas wie so ein Bücherregal Aber ich möchte eigentlich erst andere Elemente holen Weil das Bücherregal wäre ja was fürs Wohnzimmer Ich brauche noch mehr Fisch dafür, what the fuck Du brauchst doch ein Bücherregal fürs Wohnzimmer holen, ja, weiter Aber ich möchte eigentlich erst so Sachen wie Sofa und so platzieren Weil das so die zentralen Elemente für mich sind eigentlich Kann ich Schalosien hoch und runter machen? Nein, schade Nee, du kannst nur die komplette Fenster einfach verkaufen Obwohl da nur Schalosien steht Achso Und also dem heißt es Rollo und nicht Schalosien Ich recycle mal die Kartons, die hier stehen Hey, die bringen acht Diamanten, ja cool Hm? Ja Okay, bei Fisch und Chips muss man immer wieder Fisch nachliefern Echt? Das ist ja doof Ja, wir hätten den Fisch nicht verkaufen sollen Ja, dann ab in den japanischen Garten Also ich bin immer noch dafür, dass wir große industrielle Fischfangs anlegen Nein Fischfangs Miep Ähm Was kann ich denn aktuell noch kaufen, sag mal Was war das? Was war der Gewürznelkenbaum? Äh Ich brauche einen Moment Ich muss die Kühe leveln haben Die Kühe denn hinten eigentlich schon ihre Futterträge Wir müssen die Frage beenden Ja, das habe ich gerade gesehen Ich wollte aber nur nochmal eben schnell diese eine Sache machen Und ja, ja Mich ankacken, dass ich letzte Folge nicht zum Schluss gekommen bin Wann habe ich das denn gemacht? Letzte Folge Gar nicht wahr Zeig mir einen Beweis Habe ich doch aufgenommen, du Affe Echt? Mhm Mhm, okay Wie gesagt, zeig mir einen Beweis Dann können wir da gerne drüber reden Erster Waldblitzchen So, ich baue jetzt erstmal hier Und alle Affe am Kanal Ihr seht jetzt nichts Weil Kidman ist schuld, dass ihr jetzt nichts seht Weil der kommt nicht zu bitte Hä, bei mir auch Weil ihr auf dem Kanal seht hier nichts Warum sieht man mal die auf dem Kanal nichts Weil ich nur rumstehe Achso Ja, kann ich ja nichts dafür Wenn du so ignorant bist Weil du nicht beidermacht Also bei mir ist gar richtig Action Nein, ist es nicht Mein Gott, ey Wie viel fressen diese Kühe eigentlich So, ich kriege hier hinten noch einen Futtertrog Wir könnten übrigens noch für 575 Diamanten-Ski Nein Naja gut Aber für 5 Nein Für 550 Diamanten-Ski Nö Du bewegst dich ja Nein Du stehst nicht nur rum Ja Das ist aber Achso, wir sollten nicht alles verkaufen, Ski Ja, deswegen war ich nur bei den Babaladenglädern und bei den Blumen Ja, okay, gut Äh, dann, äh, ja Ski, jetzt kommt doch endlich mal zum Ende, Mann Ich warte schon die ganze Zeit auf dich Tschüss Tschüss Tschüss